Hier ist Logan von Antonio Gómez Nachmusik. Er montiert auf seinem Handy die neuen Blätterer aus dem Haus der SAB. Rando Bolt, T-Line. Der extremste Flügel geeignet, was natürlich jetzt ganz weit weg vom sonntäglichen ruhigen Ausfliegen. Antonio Gómez, wie gesagt, aus Italien, hier mit seiner Topping-Flexander-Maschine. Und Sie sehen, da kommt Kai Graf, hat sich holen, hier ist der Heck oder direkt zugrunde. An dieser Stelle normalerweise zu erwarten, im Slot von SAB. Wenn ich nicht einen vollen Applaus, er kann Sie hören, jetzt noch nicht. Na, jetzt geben wir Gas. So, das ist schwierig, das ist schwierig. Aber. Oh! Ich hatte ja gerade noch was dazu, wenn man Lohr, ob es mir ja gerade etwas anbringt. Ich würde sagen, lass es mal, lass es einfach. Es gibt ja viele Betrieblasen, die man da noch auslesen kann. Wenn die dann negativen Vorzeichen haben, das ist meistens für den Römer ist. Also, ich sag mal, Drehwarte hat er, Rollwarte hat er. Und das geht Lohr! 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 Und jetzt haben wir hier. Ja, fallen Sie an, wie Sie auch so, Sie klatschen und schreien, dass die Sie vergnete. Ja, wie gesagt, das ist ein Produkt aus dem Haus der SAB, zweitestockt Rollwarte ist der Distributor in Deutschland. Doch, der Baby! Overspeed! Und jetzt. Ja, 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 ja. Geht alles, ihr könnt euch hören! Das, wie gesagt, die neuen T-Line-Plates, Top-Line auf dem Haus der SAB. Haben wir reichlich vorwärts, und man sagt, dass wir SAB, oah! Die ersten Ameisenfragen schon hell. Die haben Fließung und greift gekündigt, weiß ich, dass wir da unten. Vielen Dank, Antony Thomas. So, und jetzt kommt jemand, der kann das auch mit dem Rekai, da war was. Ich hatte auch heute was erlebt, ne? Da war was, da war was. Da war was, da war was. Da war was. Das war einfach die Siege. B рассказывern, was, da war was.